ja hallo gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal hier sogar game collector ich wünsche euch einen schönen sonntag es gibt ein kleines info video und zwar ich brauche mal eure hilfe denn ich bin mittlerweile jetzt auch auf twitch vertreten ich habe gestern mal gestreamt und ja wie gesagt man muss ein paar kriterien erfüllen dass man ein bisschen weiter kommt ihr könnt sehen hier oben der twitch banner ist hier und wir gehen jetzt hier mal schnell auf twitch und das hier wäre sozusagen hier die oberfläche wir kommen zurück das ist mein name game collector 1985 also wenn ihr mich auf twitch finden wollt dann braucht ihr nur diesen namen hier also diesen namen hier eingeben wie gesagt 50 follower sind eben gefordert dass man mal ein bisschen weiter kommt auf twitch deswegen brauche ich da eure hilfe über mich da muss ich noch ein paar infos angeben dass das ja auch einigermaßen alles voll wird ich habe gestern passend zum start von her der ringe die ringe der macht habe ich dann mittelerde schatten der gott wie heißt normal schatten des kriegers den titel nicht gewusst habe ich gestern circa eineinhalb stunden gespielt nur ich habe da leider einen fehler gemacht ich habe unter einstellungen nämlich vergessen gehabt den stream zu speichern für 14 tage für premium mitglieder geht das ganze schon gar 60 tage und zwar das ist jetzt hier bei einstellungen drin beziehungsweise bei kanal müsste das glaube ich drin sein genau das sind die links die eben hier verlinkt sind mir youtube kanal der instagram kanal ist auch verlinkt meiner kann ich ja offen und ehrlich damit umgehen dann muss mal gucken wo das drin gewesen ist der einstellungen gott wo war das jetzt drin streaming tools das war es auch nicht wo war denn das jetzt drin stream genau da war es drin diese einstellung hier frühe übertragungen speichern da habe ich das häckchen nicht gesetzt deswegen ihr könnt den stream jetzt leider nicht mehr sehen der war gestern wirklich dann nur einmalig aber ich werde es dann auf jeden fall fortführen so viel zum thema wie gesagt das ist mein kanal so schaut aus das ist der kanal game collector 1985 ja ist klar ich bin offline ein follower das ist ein arbeitskollege von mir und hier oben habe ich heute noch ein paar andere abonniert also wenn es euch nicht wehtut könnt ihr mich gerne auf twitch abonnieren und was ganz wichtig ist heute abend so circa ab ungefähr 18 uhr bis 1830 wird gott of war weitergezockt ihr könnt ihr sehen ich habe hier schon drei gameplays abgedreht diesmal möchte ich da aber wesentlich länger streamen deswegen aber heute dann auf youtube twitch dann wahrscheinlich erst nächste woche also höchstwahrscheinlich nächstes wochenende am samstag dann also ich werde es dann meistens immer aufs wochenende verschieben weil unter der woche funktioniert es nicht weil ich schichterweiter bin ich habe nächste woche spätschicht deswegen funktioniert das nicht ja ihr dürft ihr gerne mal vorbeigucken ihr könnt den link hier auf jeden fall anklicken dann funktioniert es würde mich darüber freuen wenn ihr mir folgen würdet wäre natürlich geil ich habe hier 500 abonnenten wenn hier alle 500 abonnenten mir folgen würden aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren weil nicht jeder wahrscheinlich auf twitch vertreten ist aber ich wäre schon zufrieden wenn es vielleicht zu 50 wären damit das kriterium erfüllt ist wie gesagt neue video sind auch wieder online seht ihr hier media book habe ich mir wieder zwei stück gekauft könnt ihr euch auf jeden fall auch gerne angucken ja dann hätte ich gesagt sind wir durch mit diesem kurzen info video also haut rein ich würde mich über einen daumen hoch freuen wenn euch das video gefallen hat das info video abo dalassen glocke aktivieren und wie gesagt schaut auf twitter bei mir tut's gut und euch tut es natürlich nicht weh also schönen sonntag noch euer game collector bis zum nächsten mal beziehungsweise bis zum live stream heute abend natürlich hier auf meinem kanal gottofuhr wird weitergezockt also schaltet ein wenn ihr dabei sein wollt also bis heute abend ciao